Musik Dieser Makita Rasenmäher präsentiert sich als professionelles Produkt im Bereich der Gartenpflege. Im Mittelpunkt des Makita steht seine Leistung. Mit der Fähigkeit, bis zu 3,2 Kilowatt bei 3200 Umdrehungen pro Minute zu liefern, bewältigt dieser Rasenmäher mühelos große Flächen und garantiert einwandfreie Ergebnisse auf über 950 Quadratmetern. Diese Leistung wird durch den 64 Volt Pushless Motor ermöglicht, der in Kombination mit einem elektronischen Schnittmanagementsystem die Leistung der Maschine maximiert und so präzise und schnelle Arbeit gewährleistet. Der Makita Rasenmäher zeichnet sich auch durch seine Vielseitigkeit und Robustheit aus. Ausgestattet mit verschiedenen Schnittoptionen, ermöglicht er das Sammeln von Gras in einem geräumigen Korb, die hintere Entladung oder den Einsatz im Mulchmodus. Darüber hinaus wurde seine Struktur so konzipiert, dass sie widrigen Wetterbedingungen standhält, was Zuverlässigkeit und Langlebigkeit über die Zeit gewährleistet. Komplett mit Batterie und Ladegerät bietet der Makita Rasenmäher ein sofortiges und zufriedenstellendes Benutzererlebnis, das Technologie und Praktik-Abilität vereint. Musik Musik Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.